Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was setzen Äußerungen jenseits Ihrer Hauptaussage voraus? Möglicherweise stellen Sie sich bei dieser Frage wenig Konkretes vor. Ich möchte Sie also zunächst mal in die Lage bringen, die Frage, welche Voraussetzungen eine Satzaussage hat, zu verstehen. Dazu beginne ich wieder einmal bei Frege. Hier verweise ich deshalb auch hiermit auf die zwei Frege-Podcasts, die es gibt. Mit Frege können wir an einem Satz wie Boris Becker hat zwei Wohnzimmer zunächst einmal seine Bedeutung, im weiteren Sinne wohlgemerkt, von einem Urteil über diese Bedeutung im weiteren Sinne unterscheiden. Um jetzt mit Urteil und Bedeutung weiterzukommen, müssen wir bei einer weiteren Differenzierung mitgehen, die Frege bei der Bedeutung im weiteren Sinne vornimmt. Er unterscheidet nämlich den Sinn eines Satzes von seiner Referenz. Er sagt ganz unüblich dazu Sinn versus Bedeutung. Wir bleiben aber bei Sinn und Referenz oder Bedeutung im engeren Sinne und Referenz. Der Sinn eines Satzes ist die Art des Gegebenseins eines begrifflichen Inhalts. So haben die Ausdrücke Boris Becker und der, der Wimbledon als Wohnzimmer hat, die gleiche Referenz, den gleichen Bezugsgegenstand in der Wirklichkeit. Aber die beiden Ausdrücke präsentieren diesen Gegenstand auf verschiedene Weisen. Das ist der Unterschied in der Art des Gegebenseins dieses Bezugsgegenstands und sie macht den Unterschied im Sinn der beiden Ausdrücke aus. Im Falle von Sätzen, aber nicht von isolierten Einzelausdrücken, besteht der Sinn in einem Gedanken. Das heißt auch, dass ein Satz auf semantischer Seite eine Komposition von Gedankenteilen ist. Wir hatten ja ein Urteil vom Inhalt getrennt. Deshalb ist der Gedanke, hab Boris Becker zwei Wohnzimmer, etwas, das in seinem Bezug zur Wirklichkeit noch nicht beurteilt ist. Es ist nur ein Gedanke, der relativ zur Wirklichkeit sozusagen noch in der Luft hängt. Das Urteil besteht dann darin, den Gedanken als wahr oder falsch anzuerkennen. Und öffentlich wird dieses Urteil dann in einem Behauptungssatz, eben wie, Boris Becker hat zwei Wohnzimmer. Erst mit diesem Satz wird behauptet, dass Boris Becker zwei Wohnzimmer hat. Der Gedanke allein ist noch keine Behauptung. Sagen wir, dass Boris Becker zwei Wohnzimmer hat, sei die Hauptaussage des Satzes Boris Becker hat zwei Wohnzimmer. Und die Referenz kommt ins Spiel, wenn der Satz zur Äußerung wird. Denn dann wird er in einem echten Kontext geäußert, in einer echten Weltsituation, für die sich dann die Frage stellt, ob die Äußerung in dieser Weltsituation zutrifft und wahr ist oder nicht zutrifft und falsch ist. Die Frage dieses Podcasts lautet, was setzen Äußerungen jenseits der Hauptaussage voraus? Damit ist also gemeint, dass die Hauptaussagen von Äußerungen, behauptete Gedanken, um sinnvoll behauptet werden zu können, noch weitere Voraussetzungen haben, von denen jetzt noch nicht die Rede war. Um diese Voraussetzungen soll es aber jetzt gleich gehen. Die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Äußerungen als behauptete Gedanken sinnvoll behauptet werden können, heißen Präsuppositionen. Das lateinische Verb supponere setzt sich aus sub-unter und ponere-setzen-stellen-legen zusammen, heißt also etwas unter etwas setzen-stellen-legen. Oder auch etwas unterlegen, etwas unterstellen. Das Ganze mit dem Präfix prä für vor, auch vorher versehen, ergibt so etwas wie von vornherein unterstellen. Eine Präsupposition ist also etwas von vornherein unterstelltes oder auch einfach vorausgesetztes. Der Ausdruck stammt von Peter Strawson, der sich nach Frege und Bertrand Russell einflussreich mit dem Phänomen beschäftigt hat. Für Details der historischen Entwicklung verweise ich hier aber wieder einmal auf die Literatur, insbesondere auf Stephen Levinson. So, was setzen Äußerungen nun jenseits von ihrer Hauptaussage voraus? Was präsupponieren sie? In dieser Frage ist nicht von ungefähr von Hauptaussage die Rede. Sätze und Äußerungen haben nämlich sozusagen auch Nebenaussagen. Und um diese Nebenaussagen drehen sich die Präsuppositionen. Boris Becker hat zwei Wohnzimmer behauptet, dass Boris Becker zwei Wohnzimmer hat. Darin stecken aber außerdem Urteile, also Bewertungen von Gedanken hinsichtlich ihrer Wahrheit oder Falschheit, die nicht behauptet werden, also nicht in die Form einer Äußerung gegossen werden. Eine Behauptung ergibt sich aus der funktionalen Gliederung des Satzes oder der Äußerung in Subjekt und Prädikat, grammatisch ausgedrückt durch eine NP im Nominativ und eine VP, deren finites Verb mit der NP im Nominativ in Person und Numerus konkruiert. Das bringt es nämlich mit sich, dass mit unserer Beispieläußerung nur etwas über die Verknüpfung von Boris Becker und zwei Wohnzimmer behauptet wird. Nicht behauptet wird mit dieser Äußerung, zumindest nicht explizit in der Hauptaussage, dass es eine Person namens Boris Becker überhaupt gibt, denn dieses Urteil hat keine Behauptungsform bekommen, ihm entspricht keine Äußerung. Wenn man also sinnvoll behaupten will, dass Boris Becker zwei Wohnzimmer hat, dann muss dabei die Präsupposition erfüllt sein, dass es jemanden mit Namen Boris Becker gibt. Etwas allgemeiner, Eine Aussage A1 präsupponiert eine Aussage A2 genau dann, wenn die Wahrheit von A2 notwendige Voraussetzung für die Wahrheit oder Falschheit von A1 ist. Damit die Behauptung, Boris Becker hat zwei Wohnzimmer also überhaupt wahr oder falsch sein kann, muss das, was sie präsupponiert, wahr sein. Wenn es nicht wahr wäre, so würde Frege jetzt sagen, hätte die Äußerung keine Referenz, sondern nur einen Sinn. Man kann sagen, dass die allermeisten Äußerungen in unserem Alltag Präsuppositionen haben. In den meisten Äußerungen wird das, wohinter zwar ein Urteil steckt, was aber nicht explizit behauptet wird, einfach als wahr vorausgesetzt. Hi Jochen, lange nicht gesehen, bist du immer noch Querdenker? Das präsupponiert, dass die mit Du angesprochene Person, hier Jochen, schon früher Querdenker gewesen ist. Wo habe ich denn die Schere hingelegt? Präsupponiert, dass es eine Schere gibt. Biden will an Trumps Handelspolitik mit China vorerst festhalten, präsupponiert, dass es tatsächlich Personen bzw. Länder bzw. Gegenstände gibt, die mit Biden, Trump, China und einer Handelspolitik von Trump mit China bezeichnet werden. Und so weiter. Man nennt solche Präsuppositionen Existenzpräsuppositionen. Ein oder vielleicht das kennzeichnende Merkmal von Präsuppositionen ist, dass sie unter Negation erhalten bleiben. Stellen Sie sich vor, jemand versteht nicht, dass Sie mit Boris Beckers zweitem Wohnzimmer die Tennisplätze von Wimbledon meinen und die Person sagt, Boris Becker hat nicht zwei Wohnzimmer. Dann wird damit zwar die Behauptung negiert, aber die präsupponierten Urteile nicht. Auch die negierte Äußerung präsupponiert die Existenz einer Person namens Boris Becker. Es gibt bestimmte Arten von Ausdrücken, die Präsuppositionen auslösen, das heißt, auf Präsuppositionen hinweisen. In Boris Becker bereut, dass er so viel Geld verzockt hat, kommt die faktiv genannte Präsupposition Boris Becker hat viel Geld verzockt durch das Verb bereuen zustande. Ähnlich ist das mit Wissen, Bemerkung, Erkennen und anderen. Dagegen Präsupponiert Boris Becker bezweifelt, dass er so viel Geld verzockt hat, nicht, dass Boris Becker so viel Geld verzockt hat. Boris Becker täuscht vor, dass er so viel Geld verzockt hat, Präsupponiert nicht faktiv, dass es nicht der Fall ist, dass er so viel Geld verzockt hat. Und in Boris Becker hat es geschafft, Wimbledon zu seinem Wohnzimmer zu machen, kommt eine lexikalisch genannte Präsupposition durch das Verb schaffen zustande, nach der Wimbledon tatsächlich das Wohnzimmer von Boris Becker ist. Anders in Boris Becker hat versucht, Wimbledon zu seinem Wohnzimmer zu machen. Hier kommt die gleiche Präsupposition nicht zustande. Andere Präsuppositionen sind an Nebensätze gebunden. Die folgenden sind sogenannte kontrafaktische Präsuppositionen. Wenn Boris Becker BWL studiert hätte, wäre das nicht passiert. Präsupposition Boris Becker hat kein BWL studiert. Wenn Boris Becker nicht Tennisprofi geworden wäre, hätte er BWL studiert. Präsupposition Boris Becker ist Tennisprofi geworden. Manche Präsuppositionen Präsuppositionen äußern sich nur in grammatischen Strukturen, so wie die Existenzpräsupposition von vorhin. So ist es auch mit der strukturellen Präposition Wer hat so viel Geld verzockt? Das Präsupponiert nämlich, dass jemand so viel Geld verzockt hat. Bis hierhin war die Rede von Präsuppositionen, die man als semantische Präsuppositionen bezeichnen könnte. Ich habe Präsuppositionen zwar auf der Äußerungsebene lokalisiert, weil erst auf der Äußerungsebene und nicht schon auf der Ausdrucksebene Referenz zustande kommt, und weil an Referenzwahrheit und Falschheit gebunden sind, und weil über Wahrheit und Falschheit die Präposition definiert ist. Aber von Kontext war noch nicht die Rede und von SprecherInnen-Bedeutung war auch noch nicht die Rede. Die Pragmatik ist ja so definiert, dass sie sich mit der kontextabhängigen Bedeutung beschäftigt. Zum Kontext gehören der Kotext, also der größere Text, in den Ausdrücke eingebettet sind, die Situation und das Weltwissen. Unter der Situation finden wir die äußeren Umstände der Äußerungssituation, aber auch so etwas wie die Einstellungen und Wissensstände der Beteiligten. Die bisherigen Präsuppositionen funktionieren unabhängig von diesen Kontextfaktoren und können deshalb als semantische Präsuppositionen gelten. Das ist anders als bei sogenannten pragmatischen Präsuppositionen. Genauer gesagt spielen dabei die Wissensstände der Beteiligten eine zentrale Rolle. Und zwar geht es dabei um das Wissen, um den Wissensstand der InteraktionspartnerInnen. Was wissen ProduzentIn und RezipientIn darüber, was das jeweilige Gegenüber weiß und wissen sie, dass das Gegenüber weiß, dass sie wissen, was es weiß? Dieses Wissen, das die Beteiligten haben und von dem sie wissen, dass das Gegenüber es hat, heißt gemeinsames Hintergrundwissen. Ihnen allen ist mindestens schon implizit klar, dass die Art und Weise, wie wir im Sprechen miteinander semantische und pragmatische Inhalte verpacken, sehr viel damit zu tun hat, wie viel wir glauben, dass unsere GesprächspartnerInnen bereits darüber wissen, wovon wir sprechen. Ob sie sagen, der Robin hat mir 750 Euro geliehen, oder ich bin derzeit finanziell etwas in Schwierigkeiten, Ich habe zum Glück einen Kommilitonen und guten Freund, der keinen Mangel an Geld hat. Dieser Kommilitone hilft mir nun finanziell aus. Und er heißt Robin. Ob sie also dieses oder jenes sagen, hängt zum Gutteil daran, was sie wissen, oder zu wissen glauben, was ihr Gegenüber schon über ihre Situation und ihre Freunde weiß und wie viel Präsoponiertes sie ihm zumuten können. Die Idee stammt von Robert Stelnacker und besagt, dass eine Äußerung eine Aussage pragmatisch Präsoponiert, wenn das wechselseitige Wissen über diese Aussage eine Voraussetzung dafür ist, dass die Äußerung angemessen ist. Hier ist jetzt nicht mehr die Rede davon, dass eine Präsoponierte Aussage wahr sein muss, damit die Behauptung wahr oder falsch sein kann, so wie bei der semantischen Präsoposition, sondern es ist von Angemessenheit die Rede, also davon, wann eine kooperative sprachliche Handlung gelungen und erfolgreich ist, nicht wahr oder falsch. Dieser Übergang markiert auch den Übergang von einer semantischen zu einer pragmatischen Präsopositionstheorie. Stellen Sie sich vor, im Park dreht sich ein kleiner älterer Mann mit einem stechenden Blick zu Ihnen um und sagt, »Aus dem Spiegelspiel des geringsten Rings ereignet sich das Ding in des Dings.« Hier könnte man eine längere Liste an Präsopositionen machen, die der Mann mit dieser Äußerung getätigt hat, wobei Sie aber die Präsoponierten Aussagen an nichts in Ihrem als gemeinsam angenommenen Wissensbestand anbinden können. Die Äußerung wäre also unangemessen. In vielen Fällen, auch das sind dann die Alltäglichen, sind wir aber in der Lage, uns zu akkommodieren. Das heißt, die Präsopositionszumutungen, die andere uns und wir anderen aufbürden, sind nicht so groß, so dass wir in der Lage sind, angemessen auf Äußerungen zu reagieren und dabei das Präsoponierte einfach als neu in das dann gemeinsame Hintergrundwissen aufzunehmen. Jemand wendet sich im Park zu Ihnen um und sagt, »Entschuldigung, ich habe meinen Schlüsselbund verloren. Haben Sie einen gesehen?« Die Person präsoponiert, »Ich habe einen Schlüsselbund.« Das hat zwar auch nicht zu Ihrem gemeinsamen Hintergrundwissen gehört, aber das ist etwas, das Sie sich vielleicht sogar denken konnten. Und es wird Ihnen auch nicht schwerfallen, das auf Ihre innere Karteikarte über diese Person zu schreiben, so dass es, sollte die Person noch etwas zu Ihnen sagen, dann zu Ihrem gemeinsamen Hintergrundwissen gehört. Über Präsopositionen gibt es noch eine Menge mehr zu sagen. Nicht alle Typen von Präsopositionen sind hier zur Sprache gekommen und auch nur ein paar ihrer wichtigsten Eigenschaften, in deren Zusammenhang es auch ganz schön kompliziert werden kann. In einem weiteren Podcast geht es beispielsweise um andere Arten von nicht-expliziten Informationen, die man aus dem Gesagten oder Geäußerten erschließen muss, so ähnlich wie bei Präsopositionen. Sie heißen Implikaturen und sie sind mitunter nur schwer von Präsopositionen zu unterscheiden. Ich überlasse solche Fragen aber Ihren Semantik- bzw. Pragmatik-Seminaren, in denen es eher um solche Details geht, und verweise sie alternativ an das Präsopositionskapitel von Steven Levinsons Pragmatik-Einführung. Für dieses Mal sage ich damit Danke fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal.